Hallo und herzlich willkommen zu Folge 309 von die Chroniken von Methaner Archelos. In der letzten Folge haben wir weiter Randale geschoben gegen Orks und das werden wir jetzt auch weiter führen, denn jetzt sind die nächsten Aufträge quasi klar. Wir müssen mit Octav und seinen beiden Schwertcamper-Kollegen hier das nächste Ork-Lager ausmerzen. Glaubst du wir schaffen das hier heil wieder raus? Siehst du die beiden? Das sind die besten Schwertcamper auf ganze Archelos. Wenn du dir einen Kratzer einfängst, ist das ganze Land deine Schuld. Du weißt wie man einen Mann motiviert. Okay, zum Angriff. So, in diesem kleinen Banditenlager ist natürlich nichts mehr. Interessanterweise ging das auch nur beim allerersten Mal an der Lurker-Küste, dass man da sich hätte hin teleportieren können. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Standard hier bei all diesen Ork-Lagern, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Sehr sonderbar. So, hier drin, das ist es. Hier geht's ins geheiligte Land. Da war ich sogar erst vor einigen Folgen offscreen, um zu gucken, ob hier irgendwas auf uns lauert, aber nein, hier ist nix. Da ist immer Oktar vor, der ist unsiegbar. Man kriegt hier überhaupt irgendwas geschissen. Ihr seid ja echt ein Versager. Aber hier geht's gut ab. Oh, da ist direkt der Kriegsherr. Oh, jetzt kriegt er nur auf die Nase. Geht mal ein bisschen zurück. Lass mich hier mal ein bisschen durchatmen, Jungs. Da darf er nix überstürzen. Also von der Ork-Lite brauchen wir uns jetzt ein paar Schläge geben lassen. Das sollte man eigentlich ein bisschen sein lassen. Kriegt ihr überhaupt irgendwas hin? Meine Herrschaften. Aber hier ist gut was los. Das ist ein großes Lager. Und das stimmt mich übrigens sehr, sehr positiv, dass das ja hier nicht das größte Lager sein soll. Das größte Lager soll ja... Oh, der eine ist tot. Das größte Lager soll ja das bei Bermas Hof sein. Und hier gibt's wieder einige Armbrustschützen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut, weil die Ork-Armenbrüste, die kann man wenigstens gut verkaufen. So, dass es den Kollegen hier erwischt hat, ist schade. 30 Gold, Mensch. Im Leben hätte ich mir nicht träumen können. Die dem abzuknöpfen. So schade, dass er gestorben ist. Ich hab'n gemocht. Nee, eigentlich ist er mir scheißegal. Wie gesagt, Oktav sollte unbesiegbar sein. Ich hab' grad'n bisschen Zweifel, aber ich denke mal, es wird okay sein. Das heißt, wir metzeln uns ja einfach durch die Gegend. Äh, der Hauptschaden kommt tatsächlich von uns. Ah, der andere ist auch drauf gegangen scheinbar. Ja. Wenn nur noch Oktav lebt. Das passt mir eigentlich ganz gute Kram. So. Dieser Kriegsherr war ein sehr Hundesohn. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber du, Marvin, ich hab' noch nie jemand mit solch einer Entschlossenheit kämpfen sehen. Danke, du hast ihn aber auch keine Chance gelassen. Ich geh' zurück zur Gruppe. Vielleicht kann ich noch nützlich sein. Nützlicher als die anderen beiden Pappnasen. Die wurden nämlich ganz schön auseinander genommen. So. Das heißt, wir haben hier alles mitgenommen. Das Lager war jetzt ordentlich. Also, ich denke mal, beim nächsten Lager haben wir höchstwahrscheinlich einen Level-Up. Beim Leuchtturm. Das heißt, es könnte noch sein, dass wir eventuell dann, je nachdem wie groß das Lager bei Bermas Hof ist, da dann nochmal ein Level-Up. Aber das, nee, das wär' glaub' ich sehr unrealistisch. Das wär' hart. Also, wenn da so viele Orks wären. Also, sagen wir mal, 20 Orks, das sind ja ungefähr 8000 dp. Sagen wir mal 10.000, wenn man mal ein bisschen Ork-Elite hier und noch ein Ork-Shaman da noch dazu zählt, ja, dann sind es ungefähr 10.000. Aber wir brauchen ja für das nächste Level-Up fast 30.000, deswegen. Ist unrealistisch, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall ein Level-Up sicher machen. Vielleicht sogar schon am Leuchtturm, wobei ich mir da wiederum vorstellen könnte, dass das Lager wieder kleiner sein könnte. Aber dann gibt's auf jeden Fall bei Bermas Hof spätestens ein Level-Up. Und dann, je nachdem, vielleicht gibt's bei Bermas Hof dann nochmal einen guten Zusatz fürs darauffolgende. Also, wir werden's wahrscheinlich nicht erreichen, aber es könnte auf jeden Fall trotzdem eine gute Menge an EP sein, die wir... Gut, ich hab hier gerade irgendwas blubbern hören. Irgendwann war das der Fluss? Ja, das war der Fluss. Ich dachte, das klang irgendwie wie so ein... wie so jemand am Kessel von der Animation. Dass hier irgendwo eine Hexe auf einmal mit dem Wald rumlungert und gerade irgendein Gebräu zusammen mischt. Denn wie gesagt, überraschen würde es mich in Archelos nicht. Aber gut. Haben wir die nächsten auseinandergenommen. Nach einem erbitterten Kampf ist der Kriegsherr aus den Tunneln hinter Rita's Beingut erschlagen. Bei der Rita müssen wir davon ja gar nichts erzählen. Es ist besser, wenn die hier alle in Ruhe ihr Leben weiterführen. Aber hier haben wir jetzt natürlich wieder diesen anderen Fall, quasi wie der an der Lurkerküste, dass dieses Lager hinzu kam. Und wie gesagt, ich war ja in Kapitel... Hey, da waren Dunkelpilze, oder? Unfassbar. Was zum Aufsammeln. Und ich war ja in Kapitel 5, wie gesagt, schon mal im südlichen Sumpf. Da war ja ein bisschen was nachgespawnt. Dementsprechend wäre mir das in diesem Tunnel aufgefallen. Ne, ist kein neuer Schattenläufer, schade. Das heißt, auch dieses Lager wurde wieder einzig und allein für diese Quest hinzugefügt. Tatsächlich muss ich sagen, ist diese ganze Situation, diese ganze Quest-Reihe mit dem Gesandten des Königs tatsächlich irgendwie leicht zu übersehen. Wenn man nämlich irgendwie vergisst, oder sich der Hauptquest irgendwie verschreibt, dann marschiert man da irgendwie viel zu schnell nach Vartal und verdrängt komplett, dass es hier noch eine Menge zu erledigen gibt. Also so ist zumindest mein Eindruck davon. Also wenn ich mich jetzt wirklich auf die Hauptquest fokussieren wollen, wäre das vielleicht ein bisschen anders alles. Man sieht, da hinten ist schon auf jeden Fall ein Schiff. Hier waren wir in Kapitel 5 noch nicht. Da hinten beim Leuchtturm, aber ansonsten waren wir hier am Strand. Da waren dann auch noch irgendwie zwei Strandhae oder einer. und Feuerwarane. Da gucken wir mal, was jetzt hier abgeht. Da sind die Söldner von Garos. Hast du einen Plan, wie wir zum Leuchtturm kommen? Wir haben uns gerade um die Evakuierung der Fischer gekümmert. Wir werden bis zum Einbruch der Nacht warten und uns eines ihrer Boote leihen, um auf die andere Seite zu gelangen. Du musst in voller Alarmbereichschaft sein. Der Kampf wird beginnen, sobald wir an Land gehen. Ja, dann an die Arbeit. Zum Glück haben wir schon Nacht. Dann geht's hier direkt los. Hier geht's direkt heiß her. Da ist schon direkt der Oberste Kriegsherr. Der Böse vom Garos kassiert. Übrigens. Das war's schon. Warum geben sie uns immer die schlimmsten Aufgaben? Ich würde lieber am Sumpf kämpfen, als auf dieser verdammten Insel. Ich glaube mir, dort war es genauso schwierig. Vielleicht hast du recht. Ich bleibe hier und schaue mich nach weiteren Hinweisen auf den Rest der Kriegsherren um. Am Leuchtturm bleiben, weil da oben ist auch ein Schamane. Die EP macht mir hier keiner Streit. Das sehe ich nicht ein. Aber ja, das hier war natürlich jetzt erwartungsgemäß, ich habe es ja noch erwähnt, wahrscheinlich eher ein kleines Lager der Orks. Hier gab es nicht viele von den Kameraden. Der Kriegsherr nochmal einen Tank dabei und einen Goldenen Ring, sehr gut. Hier fliegen noch ein paar Pfeile rum. Ein paar Ork-Waffen. Das waren jetzt gerade mal, ich glaube, fünf. Zwei Armbussschützen. Drei Krieger. Ein Schamane. Nein, da waren es sieben. Ne, warte mal. Bin ich bescheuert, kann ich nicht zählen. Hier sind sogar acht. Ja. Zwei Armbussschützen. Drei Krieger. Ne, hier sind sieben, bin ich bescheuert. Hier sind zwei, da sind zwei, da sind zwei, da sind zwei, da oben ist einer. Hat gerade einen Totalausfall im Kopf. Aber ansonsten gibt es hier nichts, ne. Chaos hat nichts mehr zu erzählen. Noch ein Orkischer Kriegsherr weniger. Ich muss zu Kalips Haus zurück und mit Eurig sprechen. Er muss schon ungeduldig sein. Genau, das ist ja der letzte. Der auf die nächste Operation oder den letzten Teil der Operation wartet. Ansonsten waren wir hierher. Hier gibt es nichts mehr. Die ganzen Ork-Galären da sind leider, leider, leider alle nur dekorationsbedingt hier. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr schade. Aber was willst du machen? So, ich teste jetzt gerade noch mal kurz was. Ich hoffe, ich schaffe es nur in den wenigen Ingame-Minuten ja so nicht. rüber zu marschieren an die Bernsteinküste und gucken, ob die Fischer wieder da sind. Dann könnte man mit dem Fährmann nämlich gucken, ob man da die Zeit wieder zurückdrehen kann. Zum Beispiel, die sind gar nicht da. Dann penne ich einfach eine Runde. Wir müssen ja nicht alles hier bei Nacht machen. Aber scheinbar war das mit Garros wirklich so geplant. Und die sind gerade ja sowieso nicht da. Die sind irgendwie weg. Die wurden ja evakuiert vom Garros. Ich denke mal, nach der Quest werden die wieder hier sein. Wäre zumindest ganz schön, dass es hier so ausgestorben aussieht. Alles, das muss ja nicht sein. Das heißt, wir gehen jetzt zurück und teleportieren uns wieder in die Stadt. Und gehen das letzte Lager an. Das hat uns jetzt tatsächlich noch mal gut was an EP beschert. Auf jeden Fall mehr als 3000, ich glaube so 4000 ungefähr. Oder dreieinhalb. Beim nächsten und letzten Lager gibt es auf jeden Fall ein Level ab. Aber bestimmt keine 2. Also dann wäre es schon wirklich ein riesiges Org-Lager. Also von wegen hier Gothic-2-Verhältnisse an Org-Massen, die sich um die Burg versammelt haben. Ungefähr in dem Ausmaß. Dann wären vielleicht 2 Level noch drin. Scheiß Wetter, sagt der Novize, hat er recht. Hier sieht es aus wie hingeschissen wieder. Auf jeden Fall verteilt sich die Jauche bei dem Regen immer in der ganzen Stadt. Ekelhaft. So, dann gibt es hier irgendwas Neues. Schön wäre es ja trotzdem. Ich frage mich, ob wir am Ende dieser Quest-Reihe wieder diese Gardisten-Rüstung bekommen. Die wir ja im Prinzip schon hatten. Und die sie in der Theorie sogar hätte behalten können. Ich hätte sie nur einfach auf den Boden legen müssen. Vor Abgabe der letzten Quest. Beziehungsweise ne, vor der Abgabe der ersten Quest. Das war ja noch vor der ganzen Sache mit der Werft. Aber naja. Es bleibt spannend. Weil diese Gardisten-Rüstung, die wäre eigentlich wirklich gar nicht so übel gewesen. Kann man diesen Arbeiter hier niederstrecken. Ich würde übrigens gerne wissen, was jetzt eigentlich in den Extremo passiert ist. Sind die einfach nach Korinis verschifft worden? Ins Minental oder andere hatten wir schon. Oh. Und da drin werden die ganzen Gardisten sauer. Okay, dann lassen wir das sein. Aber wie gesagt, mich würde es interessieren, was aus denen geworden ist. Oder ob die vielleicht irgendwo noch auf der Welt zu finden sind. Im Knast waren sie ja nicht. Kann man hier eigentlich rein? Ah, okay. Also hier, das wollte ich jetzt gerade wissen. Also manche Türen werden tatsächlich nicht benutzt. Die bleiben einfach Dekorationstüren. Mag ich ja eigentlich gar nicht so was. Aber keine Ahnung, woran es gelegen hat. Vielleicht wollte man da nichts reinpacken. Hätte man vielleicht irgendwie... Und wenn es nur ein kleiner Gerümpelschuppen ist, in dem man Besen findet und drei Gold und was weiß ich, ein Stück Kohle. Aber scheinbar soll es wohl nicht so sein. Wo sind denn alle anderen? Es ist an der Zeit, dass wir Wermas Hof zurückerobern. Ich weiß nicht, wie lange die anderen den Hof noch von Verstärkung abschneiden können. Triff mich an der alten Windmühle. Ich hatte gehofft, der Rest würde sich uns anschließen. Jeder hat seine Rolle zu spielen. Keine Angst. Huxley kommt mit uns. Das ist auch gut so. Wir sehen uns dann dort. Die marschieren los. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass dieser Treffpunkt halt so ein bisschen verkommt. Also ich sag mal, das ist halt irgendwie blöd, dass wir jedes Mal hier hinlaufen müssen, um die Quest quasi weiter voranzutreiben, um dann quasi die nächste Location abzugrasen. Weil dafür ist mir auch jetzt der Dialog zu kurz. Und wenn der Eurik jetzt noch irgendwas erwähnen würde, ein längeres Gespräch oder irgendwie von wegen, es hat sich so und so ergeben, wir müssen unseren Plan ändern, bla bla bla, dann wäre es vollkommen in Ordnung. Also es soll jetzt auch keine große Kritik oder so sein, das meine ich jetzt überhaupt nicht. Aber es wirkt jetzt so ein bisschen blöd, dass der jetzt hier zwei Sätze fallen lässt und schon müssen wir wieder losmarschieren. Aber nun gut, ist okay. Das heißt, mit der anderen Questreihe bleiben wir erstmal ein bisschen bedeckt. Jetzt haben wir das Problem, dass da eine andere Angriffstruppe in der Fischersiedlung ist. Und die wurde evakuiert. Ich hoffe, dass sich diese Quests nicht beißen. Ich würde Archelos attestieren, dass sie das hinbekommen und sich das nicht beißt. Aber das könnte eventuell kritisch werden. Dass wir diese Quests gerade gleichzeitig haben, da kriege ich ein bisschen Ängste. Aber ich vertraue auf Archelos. So, wo haben wir das denn hier? Haben wir irgendwas in der Nähe? Zumindest hier haben wir die Krypta. Ich gehe mal zur Krypta. Ist hier irgendwas neu gespawnt? Sind in Wartal neue Gegner? Hier waren wir ja noch nicht in Kapitel 5. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier bis Kapitel 5 auch gar nicht hin soll. Dementsprechend auch keine Gegner nachspawren. Jep. Das heißt, wir haben in Kapitel 3, glaube ich, oder 2 sogar schon die Gegner für Kapitel 5 erledigt. Auch das beißt sich jetzt ein bisschen, weil die Hauptquest soll ja auch in der Nähe von Bermas Hof sein. Jetzt habe ich halt die Sache mit dem Gesandten hier schon ins Rollen gebracht. Ich hoffe, wir haben nichts kaputt gemacht. Jetzt haben wir hier jeder hier was Neues, ne? Aber ich kann weder Riordia noch Kessel sehen. Angesichts Kessels Entschlossenheit sind sie wohl ohne mich weitergezogen. Ich werde versuchen, sie einzuholen. Ja okay, dann lassen wir die erstmal sein, wo sie sind. Die können mich mal kreuzweise. Dann müssen wir was ganz anderes erledigen. Jetzt haben wir die Frage, wo wir Eurig treffen sollen. Bei der alten Windmühle hat er gesagt. Das heißt, da vorne müsste er irgendwo sein. Ja. Da sind sie auch schon, die Gardisten. Oh, es sind sogar mehrere. Oha, das sieht mir in einem größeren Trupp aus. Jetzt können sie interessant sein. Wie gesagt, ich hoffe nur, mit der Vartalsache wird es wahrscheinlich nichts, keine Probleme geben. Aber die Sache mit Lorenzos Quest macht mir ein bisschen Sorgen. Bist du bereit zu sterben? Ich werde heute nicht sterben. Hast du gesehen, wie viele das sind? Boah, Gardist, du vergisst dich. Jeder von uns ist mindestens 10 Orks wert. Mit denen werden wir fertig. Du hast recht, lass uns anfangen. Hoffen wir, dass der Rest von euch durchhält. Bin ich mal gespannt. Also wir laufen hier mit 6 Gardisten rein. Und es könnte tatsächlich, und auch schön bei Regenwetter. Ich habe nicht gesehen, wie viele es sind. Aber das macht mich jetzt ein bisschen... Macht mich jetzt ein bisschen heiß. Hoffentlich gibt es gute EP. Vor allem will ich von allen die EP bekommen. Und die Orkampus nicht vergessen. Kommt ihr mit dem zurecht? Jungs, ihr seid so wack. Das ist unfassbar. Hätten die mich nicht dabei, ne? Die werden einfach dem... ...Tode geweiht. Das sind sie vielleicht auch weiterhin, wenn ich hier nämlich die ganze Zeit alles loote. Aber das muss sein, ne? Loot ist wichtig. Also ist es nicht schlimm, wenn ein paar von denen drauf gehen. Oder die nämlich auch noch looten. Am Gesicht unserer Miserablen. In der finanziellen Lage. Oder was jetzt Miserabel wäre, das ist zu viel, aber... Ihr wisst ja genau, was ich meine. Da könnte das schon alles ein bisschen besser aussehen. Das ist für unsere Vorhab. Jetzt klart's ja wieder auf, das ist gut. Sehr gut. Bolzen. Der Armbrustschütze. Hier geht's wirklich gut rund, muss ich sagen. Da ist auch unklar. Da hat mich eben gerade einer gefallen mit unseren Kameraden. Und hat unser erstes Level ab. Also es bleibt doch bei einem, aber... Auf jeden Fall kann man hier gut was abstauben. Und Tode Bauern. Ganz viele Tode Bauern. So, ihr würdet immer ganz kurz ein bisschen still stehen hier. Kann nicht wahr sein. Ein Gardist. Also die metzeln hier einfach weiter. Wie gesagt, hoffentlich... Verpassen wir jetzt hier nichts. An Loot, meine ich. Ich mein... Platt machen die uns eh nicht. Das ist auf jeden Fall eine interessante... Angelegenheit hier. Und hier haben wir... einen weiteren Toten Gardist. Einen weiteren Toten Gardist. Und da hinten geht's direkt weiter. Oh, da sind noch einige. Ach du Scheiße. Ähm... So langsam werde ich das Gefühl nicht los. Das wäre eventuell wirklich... Noch ein Level ab. Ne, das ist... Viel zu unrealistisch. Da hinten ist noch ein Ork. Den werden wir dann im Nachhinein wohl abmetzeln. Also die Gardisten sind schon platt. Und manche von denen haben wir leider auch keine Waffen dabei. Oder zumindest... Ach du Scheiße geht's hier ab. Also hier wird's krank. Da sägen wir uns mal durch. Wie durch Butter. Einige Orgeliden. Einige Orgeliden. Die beiden sind unbesiegbar denke ich mal. Wenn es dann Huxley sein sollten. Und der andere Kerl. Hier der Eurig. Dann... Geht's hier natürlich... Munter weiter. Der Kriegsherr ist schon tot. Aber die beiden sind eh unbesiegbar. Die machen das... Also wenn man sich bedeckt hält. Kann man glaube ich die ganze Aktion hier auch... Erledigen ohne... Verluste. Also im Sinne von... Oder ich sag mal Eigenanstrengung. Dann kann man hier einfach... Die hier alles machen lassen. Die beiden sind ja wie gesagt eh unbesiegbar. Tatsächlich... Nochmal gut was gemacht an EP. Und hier sind noch ein paar Orks. Aber wie gesagt Level Up war klar. Dass das nicht drin ist. Noch eins aber... Auf jeden Fall... Gar nicht mal so schlecht. In der nächsten Folge räumen wir die letzten Orks hier noch auf. Machen die kalt. Und geben die Quest ab. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.